Hallo, wie fühlen Sie sich gerade? Haben Sie nur 30 Sekunden Zeit? Lassen Sie uns gemeinsam eine kurze Pause einlegen, es könnte Ihnen helfen. Setzen Sie sich, schließen Sie die Augen und hören Sie auf Ihr Ein- und Ausatmen. Achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie die Augen wieder. Nun können Sie stressige Situationen ruhig und kontrolliert angehen.